Der Mario Metro will wissen, ich habe einen sehr alten PC. Wird bei der Erstellung von neuem immer darauf geachtet, ob es für alle kompatibel bleibt? Dazu kann man sagen ja. Grundsätzlich ja. Es gibt allerdings einige Ausnahmen. Zum Beispiel schließen wir mittlerweile einige alte Browser aus, für die wir einfach nicht mehr testen. Es kann dann sein, dass es zufällig zum Beispiel auf dem Internet Explorer 11 noch funktioniert, aber garantieren wollen wir es nicht. Und das andere ist natürlich die Performance. Wenn du sagst, du hast einen alten Rechner, dann kann es natürlich sein, dass deine Hardware alt ist oder nicht so alt, aber dafür schwache Hardware. Und dafür optimieren wir durchaus auch. Also wir schauen, dass die Payloads nicht zu groß sind, also dass die Dateien, die das Netzwerk schicken, nicht zu groß sind, dass der Rechner bei der Berechnungen beim Aufbau der Seite nicht zu sehr in den Spitzen kommt und solche Dinge. Das beachten wir durchaus.